Da ist was hinter der Tür. Nur kurz die Muni mit Ohl Flammenwerfer. Kann ich jetzt trotzdem die Waffen noch tauschen? Ah ja, man kann mehrere Waffen nehmen. Ne, doch nicht. Jetzt ist er weg auf einmal. Aber ich denke, man wird im Arsenal sein, ne? Äh, nö. Hä? Die kann ich dir benutzen jetzt? Also irgendwie ist die Steuerung etwas merkwürdig. Ich muss mal kurz reingucken. Player 1. S. Controls. Marine Keyboard. Next Weapon. Mittlere Maustaste. Ist mir schon klar. Sidearm Weapon. Aha. Ach, man kann mit 300 die Pistole wählen. Okay. Aber wie kriege ich den Flammenwerfer? Das ist alles sehr merkwürdig. Secondary Weapon Inventory B. Tactical. Ach ne, das war die Granate. Nee, hab ich gar nicht. Wieso hab ich den aufgenommen und kann sie benutzen? Ich verstehe das alles nicht. Ist egal. Komm. Da war was hinter. Waffen bereit halten. Shotgun lieber für Nahkampf. Es gibt mehr, Herr Ries. Extracuten und fortsetzen. Die Jungs wollen uns immer noch aufhalten. Das ist unglaublich. Die verstehen es einfach nicht. Stimmen raus, Herr Ries. Fertig. Ja. Ich versuche ihn mit. Doch. Das ist wirklich nicht. Aber das ist die Schwimmen. Ah. 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 aufräumen und freimachen keine doch text gefunden doch einsamlich gefunden aber lieber sehe ich dir machen okay das sauber oder nicht ist das aber folge ist hat der voll was gebracht eben scheiße ganze rüstung recht schon wieder da war zu kurz der wurf und so arme schiff obseit getroffen ne war ich das Nein. Holy shit, was war das? Ihr habt mich verstanden. Schau an die Tür! Wir haben W.U. hier! Achtung, da ist noch einer. Zwei. Hier ist auch noch einer. Da, komm her! So, jetzt aber. Du böser Junge, du. Okay, Rüstung da schon aufsammeln und dann, äh, nichts weg hier. Die Befürchtung, das ganze Ding ist gleich im Arsch. Wo seid ihr denn schon wieder? Ach, da vorne, okay. Ich schau euch mal kurz hier um nochmal. Ach ne, war ich ja grad? Okay. Oh. Ganz ruhig, Schiff, ganz ruhig. Mischenmuster durchhalten, bitte. Der Elevator! Bishop, das ist Winner. Hast du schon mal die strukturelle Integrität der Elevator? Affirmative Winner. Sie haben die Macht, aber die Schmerzen ist nicht bekannt. Ich würde nicht beantworten. Auf den Fahrstuhl. Auf den Fahrstuhl. Auf den Fahrstuhl. Auf den Fahrstuhl. So. Jetzt geht's, Schiff! Dann sind wir hier. Nach dem Fahrstuhl. Nach dem Fahrstuhl. Das ist ja nicht so, Schiff! Ich kann nicht so, Schiff! Ich kann nicht so, Schiff! Du bist so, Schiff! So, Schiff! Ich kann nicht so, Schiff! So, Schiff! Ich hab keine. Multiple Signale, all around and closing. Acht, die haben gegen die Aliens gekämpft, die Marines. Deswegen haben die schon vorher geschossen. Oder die Söldner. Jetzt müssen wir uns auch noch mit zwei Gegenden rumschlagen, mit Aliens und Marines. Oder Söldnern. Ist ja ganz toll. Scheiße. Ich wollte gar nicht runterfliegen. Scheiße. Hoch wieder. Schnell wieder hoch. Glück gehabt, ey. Also okay, da geh ich nicht noch mal lang am besten. Die haben auf mich im Wasser gewartet, die scheiß Viecher. Sag mal, das wird schon wieder passiert. Nochmal, komm. Was ist denn da runtergefallen? Ach da, es ist offen. Spring mal rüber. Ist hier noch irgendwas? Äh, nö. Gut. Das gefällt mir ja nicht. Ja, ich befürchtet hab. Wir kommen über die Räume. Wir haben's unter Kontrolle. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Jetzt hat sich wieder beruhigt. Und auch nicht. Also der Beeper bringt überhaupt nichts, ey. Weil die Gegner immer einfach spawnen nicht, aber... Ist ein bisschen sinnlos. Ne, da springe ich nicht runter. Nicht noch mal. So, der Kontrollraum ist dahinter. Okay. Ich hörte den automatischen Seelblatt. Winner, rauf den Beepass! Rauf das! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ich glaub, es ist grad nicht gesund, hier zu sein. Ah, mich verbrannt. Was platzt hier? Was platzt? Was? Oh, 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 oh! Okay. Situation ist unter Kontrolle fürs Erste. Da runter? Na gut. Das gefällt mir gar nicht hier unten. Ein schlechter Schiff. Ich bin nicht sicher, wie lange wir die BMCs aus unserem Schiff behalten können. Wenn uns diese Mercenaries in Gefahr bringen, bleiben wir Sie hier. Gehen Sie so schnell wie möglich, Herr. Es gibt Bugs überall auf dem Schiff. Jetzt geht es hier richtig vertikal. Aber da war was. Ganz kurz. Ich will da hin, ich will die Ausrüstung haben. Scheiße, ich bin hier dran. Ich habe immer Signal und dann ist es weg. Die Junge macht die Tür auf. Zu, wieso? Hörst du das? Also irgendwas ist dahinter, vielleicht etwas Größeres. Das ist abgehauen. Ich glaube, das Eli hat gerade den erledigt. Ja. Ja. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. da vorne ist noch eins da vorne war doch eins ich hab's doch gesehen wo ist denn sehr merkwürdig jetzt verloren egal wenn es das volk ist ab kommt weiter ich habe einfach das blaue geschoss nämlich nichts gesehen in diesem komischen qualm oder rauch und weiter da ist das ist hinter uns